jetzt noch kurz hier diese sachen abreißen und dann zum tippen die burners das ist nicht gut also eine elektrolyzer brauchen wir auf jeden fall brauchen wir auf jeden fall noch wir brauchen sauerstoff sauerstoff brauchen wir unten so wie rum war das jetzt hier alles also ohne ja warum habt ihr denn dieselben ausgänge kann ich hinhauen alles war gar nicht so das war ein weiter nach links ja das macht mehr sinn okay da kommt jetzt nur kein wasser mehr an weil ich das hier abgerissen habe ich wollte doch nur ganz kurz den herstellen so also wasser läuft das läuft auch und die schlacke landet jetzt die sollen weg ich kann ja also das steine fließband musste eh da bleiben für die metallproduktion und den abfluss davon das heißt steine waren vorher auf dem fließband hier das heißt ich drehe jetzt das hier um alle da links davon kommen weg auch sauerstoff und wasserstoffrohre hier kommen weg diese bunte mischung aus eisen stein und kupferohren alles in andere richtung da runter da hoch da hoch ich weiß nicht mehr wofür das da war aber das kann auch weg also falsch rum da runter da hoch okay das da ich weiß nicht mehr wofür das da war aber das kann auch weg so dass auch noch alles schlacke schlacke kommt weg so und dann bauen wir jetzt hier ein crusher auf der dann das bisschen schlacke was oben produziert verarbeitet das heißt du nimmst dir von diesem fließband was und legst es auf den hinteren du machst bitte steine so das heißt ich konnte es jetzt nicht komplett zerstören hier alles was schade ist weil das wollte ich eigentlich aber ein bisschen entschlacken und das hier ist echt nur dafür da dass die Schwefelsauerherstellung immer genug sauerstoff hat ja und ich sollte mal einen schwung wieviel wieder da hinbringen nö es hat direkt anschluss alles gut okay also tin 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 das wort mich gerade echt ein bisschen kann ich nicht irgendwie von gar nicht ja ich hole jetzt den sauerstoff von da ganz hinten und bring ihn da hin das ist absolut nicht nervig oder so wo kam tin raus tin kam bei braun raus richtig da müsste ich dann nicht hier gucken ja also braun bitte mindestens einmal braun 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 nimmst von ja weiß ich nicht wo ja unten ist braun also nur weil da ja ok höhberde 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 nicht genug mineral sludge da war auch noch was ne du musst wieder umgestellt werden auf keramik pure fat water haben wir jetzt wenigstens genug und mineralized water auch ok das heißt hier mangelt es an woran mangelt es an verstopften fließbändern und türkis wird nirgendwo verbraucht was ist denn doppelt blau aus doppelt nimm bitte du gieß und wo ist bei dem unteren fließbändern das problem weil das ärmchen nur ja warte ja warte nehmen wir nochmal ein extra ärmchen dazu du nimmst bitte von oben links und legst nach oben rechts schau ob das jetzt so ne gute idee war weil er nimmt halt immer nur sehr monochrom die sachen den stack macht er leer das heißt es kommt erst mal nur türkis an und sobald nur türkis durch ist dann kommt nur blau das heißt ich müsste das oh ich könnte das so machen ich wusel das hier jetzt mal alles um dass ganz viel blau in eine Reihe kommt und stell dann alle um auf blau das ist ein bisschen viel Handarbeit aber na gut klappt das soweit ne ja ok äh ja schmeißt das eine Linie mit drauf so dann bitte noch ein Ärmchen das nach oben liegt ne warte leg du mal nach unten rechts viel bessere Idee warte das läuft einfach schnurstracks durch wir haben hier zwei Ärmchen du legst es nach rechts auf die rechte Seite du legst es nach rechts auf die linke Seite und go alles was dazwischen ist was von oben neu dazukommt also die grünen und lilanen hier die laufen zwar auch im Zyklus aber werden dann hier wieder in die Kiste geschmissen und landen dann vorne ja ich kann oh ja das das ist eine gute Idee oh ich bin so intelligent ich splitte die Stacks jetzt auf dass wenn von oben was neues reinkommt dass die angebrochenen Stacks erstmal aufgefüllt werden bevor irgendwas anderes aufgefüllt wird so das heißt ihr solltet weiterhin sichergestellt sein dass zuerst blau rausgenommen wird gut und sobald dieser ganze Schwung aus der Kiste endlich mal verbraucht ist dann kann ich auch wieder alle verschiedenen Farben hier rein stellen damit das insoweit läuft gut wo war ich ich war dabei Tin anzuschmeißen das heißt wir bräuchten hier ein paar von euch auch auf braun und die ganzen Untergrund Bails brauchen wir jetzt gar nicht mehr hier ne die hier zumindest nicht und auch die verschiedenen Höhen ablagen auf welches Fließband das gelegt wird sind vollkommen irrelevant wenn überhaupt nicht mal ansatzweise genug mindere Sludge da ist um die alle laufen zu lassen mach das mal alles aus hier so ich hätte gerne zwei weiß zwei gelb zwei braun so und die sollen erstmal alle durchgehend laufen dann gucken wir weiter so nicht genug Slack Slurry weil nicht genug Nodules kommen ok jetzt dürfen die Nodules wieder arbeiten das ist ok das heißt das wird alles angeschmissen dass wir ein bisschen mehr Strom verbrauchen wird damit machen wir jetzt mehr Keramikfilter Keramikfilter go da staut sich ja schon über das Erz das Aluminiumerz ne gar nicht weiter jetzt mal ein paar Dingsbummins so es war bei 2,5 die Kiste ich schätze es ist jetzt 2,1 oh oh 2,6 Moment mal ich hab die alle wieder angeschmissen hab da oben das aufgebaut ok die Hälfte fehlt noch davon aber ich glaub das könnte fast so reichen mit den 4 erstmal da eh noch nicht alles ordentlich läuft ist interessant ok ist bald im Auge hier hab kein Wasserproblem nein hier läuft alles gut eventuell Washing Plans MK2 oh nee hier brauch ich ein Hightech-Gerastzeug ne das ist ok so Schlacke staut sich hier weil das falsch gelegt wurde ok das läuft unten auch ist immer noch nicht genug um die alle ordentlich laufen zu lassen hm oh was ist das da achso nee das ist gewollt das ist ok jetzt haben wir ein Schwefelproblem Problem weil nicht genau Sauerstoff kommt auch nicht ernsthaft ich ich pfff ich bin doch alle verarscht sooo hier muss ich das Ding hier echt wieder aufbauen ok 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 aber abermals dieser Kreislauf ist jetzt nur dafür da damit die Schwefelproduktion oder die Schwefelsäureproduktion äh ihren Sauerstoff bekommt und damit aus der Schlacke die Steine gemacht werden damit die Steine werden nicht genutzt für Mineralwasser sondern für Landfillproduktion also es ist immer noch ok dass der Giruvea von der letzten Folge da oben die Mineralwasserproduktion abgekoppelt hat von der genauso wie wir damals die Slackproduktion aufgespalten haben einmal zu Steinen und einmal zu Metallen und so fringeln wir jetzt nach und nach alles weiter auseinander unseren schönen Technikbaum das sieht krass aus wow deswegen haben wir keine Stromprobleme oder weniger Stromprobleme als erwartet das ist alles voll das ist voll hier ist auch alles voll woran hapert es? äh ok es hapert an CO2 das ist kein Problem hapert da und da und mach aus den Liquifyern das wird mir nicht in Ordnung ne fehlt Koffer äh aus den Liquifyern Liquifyern K2 das ist geil ah super ich hol mal kurz Koffer du kannst hier auch mal wieder ein bisschen was machen so Koffer 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 ähm versteck dich mal da Bau Keramik Filter ok so Liquifyern K2 für die CO2 Produktion hier unten ein paar Keramik Filter reinschleusen besser läuft während die am arbeiten sind verschiebe ich hier noch Krams so jetzt muss die umgestellt werden auf blau schon komplett durch wow ok ok mal kurz alle ich denke jetzt können wir das mit jeweils einer Farbe machen also blau kies lemon lila rot und gold das heißt es wird jetzt erstmal nur ein oder zwei von denen arbeiten aber langfristig passt das dann schon also es kommt nicht so viel Crystal Slack Slurry die schauen wir dann die Kramik Filter ok so CO2 Herstellung braucht bessere Liquifyer da erster ist gleich fertig hier kriegst du noch ein bisschen was von mir bam bam zacken schneller zacken schneller ja das schaut gut aus das schaut sehr gut aus der Crusher müsste auch nochmal zu einem 2er Crusher gemacht werden mhm das hier wird auch geändert das heißt ein Ärmchen liegt auf die eine Seite, das ist dann auch auf die andere Seite brauchen wir jetzt auch keine Dings mehr Nummer 2 da hin reinlegen mit den gelben Ämchen geht immer noch ganz gut hier auch ne ja so ihr müsst immer wieder von der Hand auf gefüllt werden gar kein Problem ähm sauber 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 2,8 schön und wenn alles gut läuft haben wir gleich noch die Electric Boiler die das ganze auch oh Momentchen mal die Electric Boiler bräuchten ja gar kein die die wieder die die Vielen Dank.